sind man nur von der perspektive gut von vorne bei der druck leid meint man hier wäre alles wohl kann aber nicht sein weil da würden die treppen nicht da drauf stehen naja wie ich mich auf den sonnenaufgang freue wie der hell ist nicht dass ich es eigentlich im dunkeln lieber mag aber man sieht so schlecht also ja es sieht geil aus mit den sternen und allem und auch der corrupt moon da hinten sieht cool aus allerdings lässt sich bei tag besser schaffen man sieht mehr und vor allem sieht man dass hier alles aussieht wie ein schweizer käse aber sie föhnen wenigstens auf werden sie hier abtragen naja sie haben immer noch 86 felder minus die die sie jetzt gerade gefüllt haben 84 felder so so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, du, du kannst schon mal hier anfangen dann. Du genauso. Du auch. Du auch. Du auch. Du da. Oh, jetzt ist der Flatten verschwunden. Oh, so geht das. Oh, das ist der Flatten. Oh, so geht das. Jo? Ah, fängt langsam nach dem aus zu sehen, was wir wollen hier. Weil wenn man sich überlegt, wie weit es hier mal runter ging. Hm, 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 hm. Hm. Man, ernsthaft, jetzt haben sie da unten auch schon wieder unter der Treppe steile weg und die spawnen. Na, lass die spawnen. Cool, wir haben die vierte Schicht noch nicht ganz weg, also von den übrigen Vieren, aber dafür ist schon hier ein Schweizer Käse entstanden. Und sogar hier ist schon noch. Ich wollte sagen hier, aber da geht es ja eh runter. Okay. Okay. So, macht mal so hier. Okay. Okay. Ja, langsam sieht es doch so aus, als ob wir einen mehr beim Crowley brauchen. Besser ist besser. Besser ist besser. Mal guckt euch das an, was hier schon weggemübelt wurde an Steinen. Mal guckt euch das an. 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 Oh ja, manchmal hätte ich gerne einen Bagger, dann würde ich einfach hier alles wegbaggern und hier zuschütten damit, wenn ich könnte. Hm. Okay. 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 Ja, das ist gut. Ach so, dass der Stein nicht verloren geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich könnte sie jetzt teilweise hier rüber verschieben. Das hier abändern. So, einer sollte reichen, um das zu füllen. Pöpö. 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 Okay, ich würde aber mal sagen Deswegen ist es wieder Zeit für einen Cut Deswegen speichern wir hier Und dann sehen wir uns gleich wieder